als nicht ich bin noch nicht im Spiegel der Spiegel Jan Schnell auf Daumen Ja, warte, leid bald die Krippe bei? Kazo... Noch ein Ohr, wo ist das andere Ohr? Geht nicht. Ja, warte, 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 ich leide hier nochmal ein. Oh Gott, es ist weggnackt, oh Gott, 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 oh Gott. Nein! Du willst mich nicht erwischt hier bist du? Okay jetzt, jetzt tritt mir bei, tritt mir schnell bei. Ja, Mann, ich... ... es sind sieben von zwölf Stück drin. Jetzt wollte ich schon sag, gut, ne, ne, ist, ist voll, jetzt kannst du wieder... Geld und die ganze Zeit von Beiträgen und das ist ein so gemein ich wollte das Arme Spiel dann geht es nicht die Wolle an die Schokoladen immer nur beitreten das Arme Spiel kann auch nichts dafür aber irgendwie die 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 ist neuer der ausführer ausführer aus der energie tanken ich ziehe aber viel Energie, das gibt es ja gar nicht. So, das ging ja mal gut. Was ist das? Oh ja. Pan... Weißt du was, was er? Pan... Scho... Nein! K... Z... Nein! O... 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 Was war jetzt? I... Und... E... Es ist vollbracht, das Puzzleteil sei dein. Ich bin erlöst. O... 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 auch dort das ist es nicht der Passagio sich schon wieder zum Auto vorbeiführt ja da ist auch ein und das war eins kann man nicht ausgucken mit bis zu drinnen aber das übergeben ob ich jetzt bei dir oder bei Gegner sind keine Ahnung wie heißt du jetzt? äh... Kette hm? Kette äh ich bin ja rausgeflogen Postmigration ja, Postmigration, ich bin nicht gerne herzuführen ja warum bist du rausgegangen? ich bin nicht rausgegangen, ich bin rausgeflogen, Postmigration ach so boing 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 blablablablablabla wieso greifen jetzt die Geister mich als Kürbel so an so, was ist denn los? oh scheiße, oh goldene Föder die gar nicht nervig die geister ist vollkommen ob ob weg noch ein haupt haupt die blöde und zur host migration schon wieder er hat nie immer noch du nicht mal ein oder so also in party oder egal in hauptsache ich komme hier raus ich wieder raus aus dem menü gegangen aber das ist von selber gemacht ja fehler zeitüberschreitung bei server ja okay dann kannst du zu mir kommen in ja kann ich nicht und wer muss die bühne in einer anderen schicken na bitte der ist doch viel Spaß kleiner schicken wir noch eine und der Kürbis wurde runtergespült in die Toilette wie geht warum ist die nicht mehr wippt ich geh auf die Oberste die 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 so dass es das auch schon können wir hier wieder die Toilette der auch als die Sprüche hier sind fast so toll wie die Beiporten der Porto Rammes das ist Nummer 6 die Sitzungsanschluss nicht möglich ja dann nicht mehr ja das ist groblich bei mir sucht er nicht mal, aber ich würde einfach nur sagen, es ist nicht mehr verfügbar uns fehlt noch ein Ginger, das gelbe, aber uns fehlen noch Noten, wo sollen die über uns sein alle? boing 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 ich wechsel zu uns anschluss nicht möglich ja dann geh wieder ins Spiel und versuch das Ball zu drehen so, dann sind wir wieder draußen und machen nun Blumen und Grabsteine das heißt, wir kacken hier einfach mal in den Blumen-Ding rein oder auch nicht Spieler gefunden, ja es ist ganz viel Platz ach so ich hab Level Null-Dings bei mir das geht nicht das geht nicht stopp mal das Spiel muss schon auf, sonst komm ich nicht rein aber wenn du mir was schickst, dann ist sie sofort nicht mehr zufrieden was ist das denn? was ist das denn? was ist das denn? genau so wie bei uns Domi Domi und hier Fiefer zocken was ist das denn? alles... die Geist Boah alter, geh jetzt kack doch in den Kackblumentopf da rein, her mit so wollte ich dass die Kirchturmspitze ist unser nächstes Ziel das noch relativ leicht zu erreichen ist auch das sind noch Noten guck an und die Erkennung zu müssen dürfen die Mieter er ist derjenige zwei Böse das ist genauso verpackt wie bei FIFA kannst du auch 1000 Millionen Billiarden Einladungen schicken und keinen davon kommt an. Das ist der Moment, nur auf mein Internet. Dann bricht den Upload ab. Nö, dann kommen aber keine Videos, das will ich ja nicht. Das sind wieso eigentlich schon spät. Dann musst du dir eine neue Internetleitung besorgen. Nicht falsch. Die 18 bis nördlich, Aschaffenburg umziehen. Da ist 200.000. Was soll ich nicht verbild? Internet. 200.000 Erleitung. Du Scheiße, wie schnell ist. 25 Megabyte pro Sekunde. Schneller als VDSL. Das ist VDSL. m aber ja ich habe gesagt 25 MB pro Sekunde beim Download und 12,5 MB pro Sekunde Upload das heißt für ein 1 GB Video würdest du vielleicht 2-3 Minuten brauchen 3 3 3 also es geht immer noch nicht was ist denn das so So, als letztes brauchen wir dann noch das Ginger und Musik ist drum. Die eine leere Honigwabe brauchen wir noch. Die gibt es dann auch in der Kirche, also gut, dann haben wir alles. Sind wir hier auch schon fertig. Ja, und die restlichen Noten noch, aber die fertig. Wohl auch nur darin finden. Ah, im Weinkeller sind noch ein paar. Wenn ich jetzt nicht ins Lösungsbuch geschaut hätte, hätte ich es nicht gesehen. Du spielst nach Lösung. Ja. Tue ich eigentlich gar nicht. Ich spiele nicht nach Lösung. Ich spiele das Spiel so wie ich es in Erinnerung habe. Ich schaue nur immer nach den Puzzleteilen, dass ich nichts vergesse. Ich spiele nicht. Aber es gibt 20.000 E-D. Oder weil ich die Puzzleteile gerne in der Reihenfolge vom Buch sammle. Ich könnte jetzt auch blind sammeln, aber... Dann bin ich immer durcheinander. um und fängt das spiel an nun muss ich hab noch keinen und ich gehe noch mal raus und noch mal ein team darf nicht schreien ja denn die kirche aufgemacht und haben nur 14 Sekunden dahin zu kommen ja aber dank unserem Hyperspeed ist das kein Ding so und hier sind wir nun in der Kirche die von draußen Mini-Winni ist und hier drinnen so epic riesengroß mit epic riesengroßen Geistern die wir sofort töten und ihre Energie in uns aufnehmen so die Kirche wohl ich war ja jetzt hat er es angefangen ist kann zu kommen ja wenn ich gerade kann man sich sogar einen mb3-server hausten ja für den pc ach so ist ja doof die ist aber voll die hier ne ich fängt gerade doch es ist leider voll so ich gehe jetzt auch mit einem Freund ich weiß mir jetzt nicht mal nein 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 hallo Geisterhand Mozart spielt auf seinem Orgelkasten kannst du merken dir die Tasten doch so ein Reimer Beimer ich habe eine Scheißverbindung nein nein 1 jetzt bin wenn du einmal falsch liegst die gleiche Energie abzieht du hast Talente doch nun sieh her machen es mir nach es ist nicht schwer muss ich jetzt wieder da hoch oder ja das Spiel bringt mir im Moment überhaupt nichts